Und damit willkommen zurück zu New Super Mario Brothers. Ich bin euer Tro, ihr seid hier auf dem Tro Play Channel. Und weiter geht es mit dem Schloss in Welt 5. Welches wir übrigens zweimal machen müssen, weil einmal klein, einmal groß. Boah. Nicht zu weit tippen, ne? Wir wollen ja nicht... Oh, okay. Das war ein bisschen ungünstig Ah, komm Schade, 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 schade Gut, jetzt geh ich aber hier auf Nummer sicher Wow Das war Episch Jetzt muss ich da hoch Hm Knochen trocken, Knochen trocken Und tschüss Wow 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 Nina Okay, gut das haben wir eine große piranha pflanze komm her klochen, klochen, klochen klochen, klochen nein nein ok, jetzt nochmal nein ach, das gibt es doch nicht ok, ja, geht es nicht geht es hier lang hier lang, hier lang ok, gut ha, ha, ha ja yes oh, plätscher was ach, minikupa ja 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 oh 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 oh, wir haben gewonnen ja, ja, yippie und wir haben alle drei alten Münze nein, hau nicht mit der Prinzessin ab nein help und damit befinden und damit befinden wir uns in welt 6 und cooper jr. haut natürlich wie immer mit der liebreizenden liebreizenden Prinzessin ab oh oh komm, gib uns erstmal die Blume oh 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 ok ok so, war es jetzt die erste oder die zweite? die erste, gut wow ok, machen wir es einfach so da ist die zweite Münze da ist die zweite Münze wie kommen wir an die zweite Münze ran? ah, so haha und Blumen haben wir auch in Massen, das ist auch gut ok nein nein hier lang oh 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 ne sag nicht, dass wir da rüber müssen und naah ach komm hm ich glaube wir hätten da runter gemusst ach man gehen wir den Weg also nochmal? die imp Aldi Die flache they ich das wollen wir jetzt nicht gut wir holen uns die Blume wieder und holen uns die auch wieder hier krabbeln wir durch nein ob da oben die Münze ist? ich weiß es nicht ich bin ganz ehrlich ich kann es nicht hundertprozentig sagen so dann holen wir uns mal hier die Blume wieder und warten wie kommen wir da lang? wow okay das wäre eigentlich einfach gewesen aber nein ich musste ja unbedingt da versuchen irgendwelche tollen akrobatischen Glanzleistungen hinzulegen warte mach ich jetzt 6-2 nein ich mache 6-A müsste das jedenfalls sein speichern ja ich möchte speichern es ist ein toller Schwerer nein nein Lakitu komm her Lakitu Mit dir will ich die Welt bereisen. So. Dann ist hier die erste Münze. Oder auch nicht. Bist du die erste Münze? Oh, was? Vielleicht zwei von euch. Gut. Wieso kann man denn jetzt zwei von denen? Na, komm. Hm. Okay. Okay, komm mal nach oben. Oh mein, hier rein, ha! Oh, geil, okay. Nein. Oh Lakitu, du kleiner Bastard. Nein! Jetzt gibt mir schnell eine Blume, dass ich da entsprechend schnell reagieren kann. Oh, Lakitu. Lakitu, ich mag dich nicht. Ha! Dann war das der richtige Eingang. Zweite, zweite, nein, die dritte. Das heißt, dann dürfen wir nochmal zurück. Gut. Da muss ich irgendwo... Hier muss irgendwo die... ...dumme sein. ...dumme sein. ...dumme sein. Hm. Irgendwie inzwischen müsste das sein. ...dumme sein. Hm. ...dumme sein. Das ist so. Hmm. ...dumme sein. Wir sind... Das gibt es doch nicht. Äh, ja. Das gibt es doch nicht. Wie könnte denn die Münze sein? Oh nein. Nein. Nochmal da durch. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Okay, aber hier ist die Münze nicht. Ist sie vielleicht da drunter? Oh nein. Oh, nein. Wir sind ein Witz, oder? Oh nein. Oh, das ist da drunter. Das ist das Witz, oder? Soll das Witz, oder? Gut, dann wieder. Witz. Witz, da ist hier. Oh, weia. Okay. Gut, wir fliegen nach rechts. Die Zeit reicht nicht mehr. Die Zeit reicht nicht mehr. Das ist doch ein Ding von Wirklichkeit. Komisch, komisch, komisch. Ich habe jetzt diese Münze nicht gefunden, aber... Nun gut. Machen wir Welt 6-2, um euch noch ein bisschen was Abwechslungsreiches zu bieten. Ah, super. Ah. Okay. Oh, nee. Ist das hier eine Stachy-Welt, oder was? Oh, ja. Ist klar. Oh, nee, ne? 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 Okay Nein! 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 Hey! Warum? Was mach ich denn? Oh, nee, ne? Ah. So viel Leben und ich hab da alle versaut. Gibt's hier keine? Keine Münze? Komm, dann gehen wir noch mal hoch. Da ist die Münze. Komm hoch, Hossa. Komm ich da noch mal ran. Ah. Ah. Ja, es geht noch mal. Cool, so kann man sich Leben erhaschen, aber mir fehlt trotzdem noch eine Münze. Das war die zweite Münze. Ja, ist klar. Da müssen wir doch ein Leben bekommen können. Was passiert eigentlich, wenn ich da unterfalle? Ja, komm. Nein. Ich brauche aber die zweite Münze. Das heißt, ich bin in der falschen Röhre. Und noch mal zurück. Aber wenn das nicht. Komm. Dann ist das da der... Naja, ist noch nicht der richtige. Okay, Gott. Gott, 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 Gott. Die Leute, das ist gerade erledigt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nee. Was mache ich denn da für einen Quatsch? Oh, ich habe auch nicht mal meinen Gegenstand. Nein, 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 nein. Oh, nein, das ist nicht gut jetzt, oder? Oh. Gut, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch. also jedenfalls das möchte ich jetzt noch beenden in diesem part nein ja so muss das sein nein okay also jetzt insgesamt ein Leben habe ich noch bekommen also mir fehlt ganz am Anfang die Münze wo sich die Münze befindet und die andere Münze aus dem Level davor das werdet ihr im nächsten Part sehen ich bin euer Tro tschö tschö tschö